Der FC Barcelona kann sich dieses Jahr noch auf eine satte Summe in Millionenhöhe von der FIFA höchstpersönlich freuen. Grund zur Freude über das Geld ist eigentlich etwas weniger Erfreuliches. Denn dies bekommt man als Entschädigung dafür, dass sich Ronald Araujo, der heftig gute Innenverteidiger Uruguays, in der Länderspielpause verletzt hat. Wie genau das zustande kommt, werden die wenigsten von euch vielleicht wissen. Es geht um folgendes Leute. Verletzt sich ein Nationalspieler im Länderspiel, so bedeutet das für seinen Verein sportlich und finanziell eine Schwächung. Doch zumindest um die Fortzahlung des Spielergehalts müssen sich die Clubs keine Sorgen machen. Seit dem 1. September 2012 kommt eine FIFA-Versicherung für verletzte Spieler auf. Davon hat zum Beispiel schon mal der Eintracht Frankfurt im Fall Pirmin Schweglers profitiert. Wie Kicker Online berichtet, zahlt der Fußball-Weltverband FIFA jährlich eine Versicherungsprämie von rund 57 Millionen Euro, damit Vereine für nicht einsatzfähige Nationalspieler entschädigt werden können. Verletzt sich ein Profi im Länderspiel oder während des Trainings mit der Nationalmannschaft, erbringt die Versicherung eine Entschädigung von bis zu 20.500 Euro pro Tag und maximal 7,4 Millionen Euro pro Jahr. Die Leistungen berechnen sich anhand des Grundgehalts des Spielers. Siegprämien werden nicht berücksichtigt natürlich. Bedanken können sich die europäischen Vereine aber bei den Bayern. Denn in Kraft getreten ist die FIFA-Versicherung am 1. September 2012 nach einem Konflikt der Bayern mit dem Niederländischen Fußballverband. Nachdem Arjen Robben bei der WM 2010 in Südafrika trotz einer nicht auskurierten Verletzung auflief und sich dann weitaus übler verletzte. Die Bayern forderten damals eine Entschädigung vom Niederländischen Fußballverband. Man einigte sich dann schließlich auf ein Entschädigungsspielersausgleich. Da Araujo sich im Länderspiel Uruguay verletzt und wohl länger ausfallen wird, ich meine er wurde erst vor kurzem operiert, zahlt die FIFA nun jeden Tag 20.457 Euro an den FC Barcelona bis Araujo wieder fit ist. Maximal sind wie schon erwähnt fast 7,5 Millionen Euro möglich. Hattet ihr schon mal sowas davon gehört von einer FIFA-Versicherung für verletzte Spieler bei Länderspielern? Eigentlich ganz cool wie ich finde und auch fair für die Vereine. Oder was ist eure Meinung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt.